Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SplitSecond Folge 2 Rennsieger gewinnt dein erstes Renn Event und Pau ohne Ende löst dein erstes Level 1 Warplay aus Flugmaterial Ich war eine Sekunde und 37 Millisekunden schneller als Friedo und letzter war Miles Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Innenstadt Rennen Hier sind wir Rightback Brawler, Corbetti 450 GD oder Rightback Tornado Der hat zwar mehr Geschmischheit, aber der hat sehr freundlich nicht so ausgemacht Der ist ja gar nicht so schmisch Manche werden von bestimmte Wagen probiert sich aus Innenstadt wäre der Erste um das Corbetti ihr Radium zu erinnern Möge 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einfach zu stören Einfach zu stören Einfach zu stören Einfach zu stören Das war's für heute. Ich glaube, ich will jetzt andere machen. Warum das andere sich holen, ey? Ich habe die Macht. So wird mal Erster. Danke, wer auch immer das ausgelöst hat. 1,6 Sekunden voraus. Ich habe mich fast selber zerstört. 1,6 Sekunden voraus. 1,6 Sekunden voraus. 2,6 Sekunden voraus. 2,6 Sekunden voraus. 1,6 Sekunden voraus. 2,6 Sekunden voraus. 2,6 Sekunden voraus. Und das war es der am stärksten. 2,6 Sekunden voraus. 2,6 Sekunden voraus. Die Darsteller werden mindestens 5 und 6 Sekunden voraus. 3,6 Sekunden voraus. 3,6 Sekunden voraus. 3,6 Sekunden voraus. Und das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 10, 9, 8, 9, 10 Edmunds wurde eliminiert Ach der letzte wird immer eliminiert, ach du scheiße Das war hier schon ersicher Scheiße Oh oh, nein Oh oh Nein Come on I don't know Ja, come on Die 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 Der Störer in dieser Vorkantel noch 7 Wegen um das zu, dass wir wenn es weiß ist, Wir schalten gesamte 130 Elite Rennen in 20 Bridgets. Eliminator gewinne dein erstes Eliminator-Event in der Staffel. Wagen freigeschaltet. Corbetti Iridium. Baustelle. Das war Level 3, wir rennen 3, jetzt mit 2, damit rennen 4, mit Innenstadt Eliminator. Den wir den 4, bei der Iridium. Innenstadt, Werte 5, mindestens 5, um dich für die Elite Rennen zu qualifizieren. 3. 4, 1. Ich schütze ihn jetzt hier ab und nicht flüchten. Das war's für ein Dwarfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Doom, Doom, Doom Doom, Doom, Doom Doom, 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 Doom Auf Ja, ich bin noch gerade vielleicht Nein Scheiß, das schaffe ich nicht. Ne, 4 Sekunden, das ist viel zu weit weg. Qualifikator. 40 Credits, Glitterren verfügbar, sagen wir noch 33 Sekunden um den Hanzo Windows V8 Air 2. Qualifikator qualifiziert dich für die erste Runde der Meisterschaft. Das war's. Das war's.